Hi ihr Fischlinge! Erinnert ihr euch noch an das Video über den schwarzen Katzenwels, der bei uns eigentlich ursprünglich gar nicht vorkommt, in vielen unserer heimigen Gewässer aber unterwegs ist und dort mitunter massiven Schaden anrichtet? Heute habe ich einen Fisch in Gepäck, auch wenn es kein Wels ist, der es dem schwarzen Katzenwels in vielerlei Hinsicht gleich tut. Quatschen wir also nicht lange drum rum, hauen wir das Intro raus und los geht's! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir mal wieder über invasive Arten, die sich im Gegensatz zu den Fischen aus dem Guppibach problemlos in unterschiedlichsten Gewässern verbreiten und dort massive Schäden anrichten können. Ich möchte euch in diesem Video einen Fisch vorstellen, der sogar wesentlich größeren Fischen gezielt Verletzungen zufügt. Die Rede ist, wie ihr es im Videotitel natürlich schon längst wieder gelesen habt, vom sogenannten Blauband-Bärbling. Die wissenschaftliche Bezeichnung ist Pseudoraspora pava. Sie gehören zur Familie der Karpfenfische und zählen zu den Grundlingsverwandten. Ursprünglich stammen diese Fische aus Asien. Durch den Menschen wurden sie aber in viele Regionen Asiens und Europa verbreitet. Unter anderem durch Fischbesatz von größeren Fischen, mit denen sie unbemerkt oder sogar gewollt als Futterfische eingesetzt wurden und sich durch ihre geringe Größe zum Beispiel weiter über Abflüsse verbreiten konnten. Der erste wirkliche Nachweis, dass es sie auch bei uns in Deutschland gibt, stammt aus dem Jahr 1984 in der Weißen Elster bei Wünschdorf. Die Fische sind mittlerweile so verbreitet, dass man gar nicht mehr genau rekonstruieren kann, welche Bereiche sie ursprünglich besiedelt haben bzw. auf welche sie eigentlich beschränkt waren. Heute findet man sie nicht nur bei uns, auch zum Beispiel im Rhein, sondern auch in Rumänien, Ungarn, Japan, China, Russland, Kasachstan, Usbekistan und auch zum Beispiel in Taiwan. Blauband-Bärblinge können bis zu 9,5 cm groß werden. Meistens werden sie aber nur 3 bis 7,5 cm. Untypisch für die meisten Fische dieser Familie werden aber hier die Männchen deutlich größer als die Weibchen. Die Fische sind recht stromlinienförmig gebaut und torpedoförmig. Interessant ist, dass je nach Herkunft nicht nur die Farbe, sondern auch die Form der Flossen deutlich variieren kann. Die Tiere, die man bei uns bzw. in Europa findet, haben eine grau-leicht-grünstichische Grundfärbung. Im hinteren Teil des Körpers geht diese Färbung zunehmend ins leicht bräunliche über. Unterhalb der Seitenlinie ist der Körper und der Kiemendeckel glänzend silbrig gefärbt. Gerade bei Jungtieren ist dieser Glanz recht intensiv. Mit zunehmendem Alter verliert sich der Glanz und wird immer dunkler. Durch den dunklen hinteren Rand der Schuppen wirken die Fische optisch teilweise sogar leicht gefleckt, was optisch sogar wie ein gleichmäßiges Netzmuster bzw. eine Netzzeichnung wirken kann. Außerdem kann man die Schuppen deutlich erkennen, die sind nämlich ziemlich groß. Die Seitenlinie verläuft breit und relativ mittig über den Körper der Fische und ist meistens deutlich dunkel gefärbt. Besonders deutlich ist diese Linie auch wieder bei Jungfischen und bei den weiblichen Tieren. Bei dominanten Männchen kann sie sogar komplett verschwinden. Die Flossen sind durchscheinend gelb-weiß und leicht dunkel gefärbt. Bei den Männchen ändert sich die Farbe während der Leichtzeit. Und diese werden zu dieser Zeit deutlich dunkel und bekommen einen richtig schönen blauen Schimmer. Und ein sogenannter Laichausschlag gerade im Kopfbereich lässt sich feststellen. Außerdem sind der Kopf und der Kiemendeckel bei den Männchen zu dieser Zeit violett bis rötlich-blau und bei den Weibchen Schwefelgelb gefärbt. Je nach Herkunft und Unterart kann es hier auch aber deutliche Unterschiede geben. Ein interessanter Fakt ist, dass die Fische besonders nachts Geräusche erzeugen. Knackende, ein bis drei Sekunden dauernde, in mehrfach schneller Abfolge abgegebene Geräusche. Diese sind unter Wasser sogar über mehrere Meter zu hören. Warum die Fische genau diese Geräusche erzeugen, ist noch nicht wirklich erforscht. Die Fische werden im Schnitt meist etwa drei Jahre alt. Im Aquarium oder Teich, wo meist ausreichend Futter und bessere Bedingungen herrschen, können die Tiere aber auch ein Alter bis zu fünf Jahren erreichen. Der Blauband-Bärbling ist extrem anpassungsfähig und hat es meistens sehr einfach, sich in neuen Gewässern zurechtzufinden und sich an diese anzupassen. Ob es nun Teiche, Seen, Flüsse, Staugewässer, Talsperren, ehemalige Sandgruben und besonders stark vor Menschen beeinflusste Bereiche, wie zum Beispiel Wasserkanäle in Städten sind, ist den Fischen relativ gleichgültig. In der Regel meiden sie aber schnell fließende Bereiche und starke Strömung und halten sich bevorzugt in ruhigerem, gerne auch stehenden Wasser bzw. Gewässern auf. Um sich zu verbreiten, haben sie allerdings keine Probleme, auch diese Gewässer zu nutzen und sie zu durchqueren. Neben den eher bevorzugt stehenden und strömungsarmen Gewässern scheint auch trübes Wasser bzw. Gewässer mit geringer Sichtweite und vielen Wasserpflanzen, sprich dicht verkrautete Gewässer, der bevorzugte Lebensraum zu sein. Dort können sie sich unheimlich schnell und sehr stark vermehren, wodurch sie die Wasserqualität sehr stark negativ beeinflussen können. Sie regen durch ihr massenhaftes Auftreten dort die Produktion von Zobox, Zobankton an, was auf Dauer und starkem Auftreten negativ für viele Wasserpflanzen ist, was schlussendlich zu großen Schwankungen beim pH-Wert und des Sauerstoffsgehalt führen kann und für viele einheimische Arten und ganze Gewässer das Ende bedeuten kann. Blaubandbärblinge sind im Schwarm lebende Friedfische und ernähren sich überwiegend von Kleintieren wie Insekten, aber auch Jungfische und Fischleich. Hauptsächlich leben sie von Zobankton. Durch ihre kleine Maulöffnung ist großes Futter eher schwierig für die Blaubandbärblinge. Bei Nahrungsmangel werden aber auch Algen abgeweidet und auch Wasserpflanzen angefressen. Bei Versuchsreihen stellte man aber fest, dass gezielt gerade von ausgewachsenen Tieren, zum Beispiel Karpfen oder Schleien, von den Tieren angefressen werden und den Tieren größere Verletzungen und Wunden zugefügt werden. Außerdem geht man davon aus, dass Blaubandbärblinge bei starkem Auftreten einen enormen Druck und Stress auf andere einheimische Fischarten ausüben, gerade über die Wintermonate, wenn viele Gewässer mit Eis bedeckt sind. Zusammengefasst haben wir beim Blaubandbärbling also einen kleinen, sehr anpassungsfähigen Fisch, der nicht nur eine Nahrungskonkurrenz darstellt, sondern auch als Laichräuber auftritt. Gewässer massiv negativ beeinflussen kann und sogar größere Fische gezielt anfrisst. Außerdem neben seiner Anpassungsfähigkeit vermehrt er sich sehr schnell. Die Tiere sind mit knapp einem Jahr schon geschlechtsreif und Weibchen können während der Laichzeit von März bis Juni drei bis sogar viermal innerhalb eines Jahres ableichen. Die Männchen verteidigen zu dieser Zeit kleine Reviere und säubern zum Beispiel einen Stein, auf dem das Weibchen bis zu 340 Eier in Ketten anklebt. Das Männchen beschützt die Eier bis zum Schlupf, der je nach Wassertemperatur nach etwa sechs bis acht Tagen stattfindet. Innerhalb der ersten Lebensmonate wachsen die Tiere auf eine Größe von zwei bis sogar 2,6 Zentimeter heran. Durch ihre schnelle Reproduktion und ihr Verhalten können Blaubandbeerlinge aktiv Flora und Fauna negativ beeinflussen und zu einer Artverarmung von Gewässern beitragen. Als Speisefähig sind die Tiere aufgrund ihrer geringen Größe in den meisten Ländern nicht beliebt, geschweige denn gefragt. Als Futtermittel für Fischsuchten oder zum Beispiel bei vielen Schildkrötenhaltern oder als Köder für Angler sind sie gut geeignet, wobei dadurch die Verbreitung wiederum gefördert werden kann. Übrigens lassen sich Blaubandbeerlinge auch problemlos und einfach in Aquarien halten und dort auch einfach nachzüchten. Auch wenn sie farblich im Gegensatz zu den meisten Fischen eher unscheinbar und daher eher nicht so beliebt sind und Nachzuchten im Aquarium zudem farblich nicht so intensiv gefärbt sind wie Exemplare aus Teichen oder anderen Gewässern. Außerdem wurde der Blaubandbeerling seit 2016 in die Liste der unerwünschten Spezies für die Europäische Union aufgenommen. Wenn auch recht klein und meiner Meinung nach sogar ein optisch schöner Fisch mit beeindruckender Anpassungsfähigkeit ist der Blaubandbeerling ein weiteres Beispiel, was geschieht, wenn Spezies in Lebensräume gelangen, in denen sie ursprünglich nicht vorgekommen sind. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Habt ihr schon mal etwas vom Blaubandbeerling gehört oder kennt ihr noch andere eingeschleppte Fischarten aus unseren Gewässern? Gerne damit ab in die Kommentare. So Freunde, das war es jetzt mit dem Video über den Blaubandbeerling. Und man hat mal wieder schön gesehen, was passiert, wenn Spezies irgendwo hinkommen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Das führt eigentlich nie zu etwas Gutem. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, werde ich mich sehr bei einer positive Bewertung in Form eines Daumen nach oben freuen. Unterstützt mich, hilft mir sehr, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ansonsten schaut sehr gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Vielen Dank an jeden, der es tut. Außerdem habe ich euch das Video vom Schwarzen Katzenwels natürlich auch noch verlinkt. Für die, die es noch nicht gesehen haben oder nochmal anschauen wollen. Und natürlich auch findet ihr dort die Links, wie ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Dort könnt ihr mir folgen, mir ein Like verlassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge. Und ich bin Rossi. Tschüss. Tschüss.